Erstmal viele neue junge Leute kennenzulernen, ein bisschen zu Netzwerken und zu erfahren, was die Bundesbank so macht. Auch zu hören, was die Bundesbank zu den wirtschaftlichen Themen zu sagen hat. Ich freue mich am allermeisten auf die Workshops, da ich mich sehr für die Themen interessiere, vor allem für Digitalisierung. Besonders auch auf dieses Interview mit dem Bundesbank-Vorsitzenden Jens Weidmann. Also viel lernen von den Leuten, die wirklich wissen, wie man mit Geld umgeht und wie man Systeme gestaltet, die unser Geld steuern. Und mich interessiert besonders, was die Bundesbank zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen hat. Ich kenne mich so ein bisschen aus mit nachhaltigem Konsum und Nachhaltigkeit in meinem Alltag. Aber mir fehlt so ein bisschen dieses Big Picture. Was kann der Staat machen? Was kann die Bundesbank machen? Was können die großen Akteure machen? Ja, also ich finde es gerade, wie gesagt, in der Finanzwelt ändert sich jetzt ja gerade viel mit Lagarde, die jetzt zum Beispiel als neue EZB-Chefin vieles sicher auch verändern wird. Und mich interessiert vor allem diese Nullzinspolitik, wie die Bundesbank sich dazu positioniert.